Heute kleine Dokumentation aus dem Mittellandkanal aus Richtung Bad Essen nach Osnabrück. Lenken bei 11,5 kmh über Gewichtsverlagerung. Keiner braucht den Steuersitzel. Verlagern wir das Gewicht nach rechts, fahren wir nach links. Verlagern wir das Gewicht nach links, fahren wir nach rechts. Wollen wir geradeaus fahren, fahren in die Mittelstelle. Das ganze kann man für das Hochmusee. Lärmsschutz. Lärmsschutz, die Plane dahinten. Lärmsschutz. Unser Capitano, Michael. Der Boot-Zone brennt es. Ach ja, da. Über die Stange kann man zur Not nochmal schneller eingreifen. Der Boot-Zone brennt es. Der Boot-Zone brennt es. Der Boot-Zone brennt es.